Ihr Rik Heitmann, Adler Münster. Ihr habt gerade das Spitzenspiel gegen TV-Kartenpfanne 2 gewonnen mit einem Tor, 26.25. Damit seid ihr Dritter und Kartenpfanne Vierter. Richtig. Wie habt ihr das gemacht? Versucht, den Kopf kühl zu bewahren und das Ding einfach taktisch nach Hause zu fahren. War ein bisschen hitzig. Wir haben uns zwischenzeitlich auch aus der Kontrolle verloren, muss man sagen. Aber im Endeffekt fällt es am Ende, dass man als Mannschaft zusammensteht und ich glaube, es hat uns die letzten fünf Minuten nach vorne gebracht und dementsprechend mit einem Tor nach vorne. Ja, wunderbar. Dieses kurze Statement. Bis dann. Ciao.